Hallo Dr. Pronto, kannst du vielleicht mal Kaiserschmarrn aus Österreich machen? Wär sehr geil. Natürlich kann ich das machen. Ihr müsst nur die Eier trennen, zum Eigelb und der Milch Mehl dazugeben, jetzt das Eiweiß steif schlagen. Wenn ihr euch das über den Kopf halten könnt, ist es steif. Jetzt könnt ihr das Ganze sorgfältig miteinander vermischen, die Masse in der Pfanne nicht zu heiß anbraten und wenn es dann ungefähr so aussieht, könnt ihr das Ganze wenden, zerkleinern, noch den Rest von Zucker dazugeben, zum Schluss noch Puderzucker darüber geben und genießen.